So Freunde, ihr wisst Bescheid, Donnerstag geht's wieder los mit den Division Rivals und Weekend League Rewards. Und zwar ist einfach ein richtig heftiges Team der Woche da. Messi, Gabriel Dresos, Griezmann, Fabinho, das sind auf jeden Fall heftige Spieler. Wenn ich einen von den vier Spielern ziehe, bin ich schon unnormal glücklich. Kimmich hat zwar ein hohes Rating, aber ich finde ihm seine Werte eigentlich überhaupt nicht gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Weiß nicht warum, aber wenn ich hier so ein Messi ziehe, ich drehe vollkommen am Rad. Und ja, ich habe Gold 3 erreicht, Division Rivals habe ich auch meine Belohnung abgeholt, leider nur Rang 2. Ich war gestern Abend nochmal am Zocken, habe mich in Rang 1 hochgekämpft, aber irgendwie wie immer, ich werde auf Rang 2 abgestuft über Nacht und habe dann leider 2 Megapacks weniger. Aber naja, kann mir nichts machen, auf jeden Fall habe ich jetzt hier 2 Spielerwahlobjekte und dann hier oben 7 Packs. Ihr seht, Division Rivals Packs sind natürlich wie der Untrade, weil ich nehme da halt immer diese Untrade, dann habe ich nämlich doppelt so viele Packs. Und dann habe ich halt auch ein paar Packs für die SBCs, weil ich denke mal, dass jetzt in nächster Zeit auch relativ geile SBCs rauskommen können. Und ja, total kommen ja diese Foot Miss SBCs hier. Da war bisher noch kein Spieler dabei, den ich mir jetzt irgendwie geholt habe, weil mir noch keiner so extrem gefallen hat. Aber vielleicht ist demnächst mal was Geiles dabei, deswegen nehme ich einfach Untrade, weil ist halt auch nicht schlecht und falls ich da ein Untrade Messi ziehe, nehme ich den natürlich auch gerne mit. Ist jetzt der letzte Donnerstag vor Weihnachten, ich weiß gar nicht, wann diese Team der Saisonspieler rauskommen und so weiter. Keine Ahnung, kenne ich mich überhaupt nicht damit aus. Ich habe hier jetzt diese 2 Spielerwahlobjekte, 1 von 3 Foot Champions Spielern. Wünscht mir Glück, ich würde sagen, wir öffnen ihn jetzt das erste in 3, 2, 1. Oh nein, da habe ich 2, 86, was ja gar nicht immer so schlecht ist. Aber Fabinho hätte ich auf jeden Fall viel lieber genommen. Sommer oder hier diesen Sergio Asensio. Äh, jo, keine Ahnung. Kann ich nicht wirklich jemanden davon gebrauchen. Von den Werten her sind sie fast ziemlich gleich. Ich nehme einfach mal Sommer mit, falls ich mir irgendwann mal ein Bundesliga-Team machen sollte. 86er Waiting ist ja eigentlich echt nicht schlecht, aber scheiße, Fabinho wäre was gewesen. Und das zweite, ich glaube, ich gehe nochmal hier kurz raus und dann wieder rein. Ich will einfach, oh, Griezmann, Messi wären einfach krank. Komm, einfach mal jetzt aus Spaß drauf. Komm schon, bitte. Nein, schade, schade, schade. Aber einen Witzel nehme ich hier mit. Dann haben wir zwei Stück aus der Bundesliga, falls ich mir halt wirklich mal ein Bundesliga-Team machen sollte. Ich denke mal, man kann auch Schlechteres ziehen, aber trotzdem ärgerlich. Hört mal in die Kommentare, was ihr da bei den roten Spielern so gezogen habt. Ich meine, 86er und 84er ist jetzt für Gold 3 gar nicht mal so schlecht. Also, klar, im Endeffekt ist es ärgerlich, aber ich will mich jetzt mal nicht beschweren. Jetzt gehen wir hier rüber zu diesen Packs. Prime Gold Spieler, zwei Stück, seltene Spieler, Mega-Pack, Mega-Pack. Und dann noch die zwei. Und ja, wenn da jetzt ein Walkout mit drin ist, wäre ich auf jeden Fall mega happy. Ich würde sagen, wir starten hier direkt in dieses erste Prime Gold Spieler-Pack. Kein Walkout. Ich habe in letzter Zeit ja eh nur noch Müll. Wenigstens eine Wand. Deutschland, Torwart, toll. Baumann, 83er, fürs Waiting ganz in Ordnung, aber mehr auch nicht. Ab ins nächste Prime Gold Spieler-Pack ist auch noch ein untauschbares. Und wieder kein Walkout. Aber hoffentlich welche mit Waiting. Nicht mal ein Schlitz. Scheiße. Rechtsverteidiger Arsenal, Bellerin. Ist halt ein Verteidiger mit extrem krassen Tempo, aber Defense und Physis ist nicht gut. So, jetzt kommen wir in ein seltenes Spieler-Pack. Ich glaube, das ist ein Tweetable-Pack. Und kommen zwölf seltene. Ein Inform, beziehungsweise ein Walker würde mal drin sein, aber nein. Mann, Mann, Mann. Brasilien, rechte Flanke. Welcome, toll. Was ne Gurke. Ich verstehe das nicht. Ich ziehe in letzter Zeit wirklich nur noch Müll. So, jetzt haben wir zwei Mega-Packs. Die sind auch alle tauschbar normalerweise, weil das waren die Belohnungen von Gold 3. Also ich möchte mal in den Packs hier mindestens ein Walkout. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann man so viel Pech haben? Wieder kein Walkout. Ich verstehe das alles nicht. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier ins zweite Mega-Pack. Ich öffne es mit der Nase. Komm schon, mal ein Walkout jetzt. Das gibt's doch gar nicht. Ich weiß nicht, wie viele Wochen ich jetzt keinen Walkout mehr gezogen habe. Belgien. Ach, du Scheiße. Ich hab gedacht, oh Mann. Nein, Golan, hab ich gedacht. Ich glaub, der ist doch Belgier, oder? Nein, Golan, der wär wenigstens was wert gewesen. Aber Dembele, nein. So, jetzt haben wir auch schon wieder nur noch zwei seltene Elektrom-Spieler-Packs. Die sind auch beide Untrade. Ich verstehe das echt nicht. Warum ich nur noch so eine Scheiße ziehe in letzter Zeit? Keine Ahnung. Ich hoffe einfach jetzt nochmal, dass ich da irgendwas Gutes ziehe. Wenigstens irgendwas Spielbares, Brauchbares. Oder wenigstens High-Rating für irgendwelche SPCs. Und wir starten jetzt einfach hier rein. Sind eh Untrade. Keine Ahnung. Mich fuck's ab. Kein Walkout, klassisch. Ist einfach normal auf meinem Account. Nettmann, Schlitz. Torwart, Jahrstein. Komm, ey, hör mir auf. Das ist lächerlich. So, jetzt gehen wir nochmal ins Letzte rein. Und dann kann ich mich auch schon wieder verabschieden. Komm schon. Och Mann. Das gibt's doch gar nicht. Schlitz wenigstens. Komm, jetzt haut doch mal ein Nein. Och, du Scheiße. Alter, das gibt's doch gar nicht. Äh, Trigo Eros. Kein Plan. So schnell ist es auch wieder vorbei. Die ganze Woche, die ganze Zeit gefreut auf die Packs. Und dann zieht man einfach so in Müll. Ich verstehe das Ganze nicht. Gut, ich meine Witzel und hier im Sommer. 86er, 84er für Gold 3. Es gibt schlechteres. Es gibt aber auch besseres. Ähm, ja, die einen ziehen halt auch mit Gold 1 oder Elite sogar schlechteres wie jetzt ich da. Aber es gibt doch welche, die ziehen mit Silber 1 den Messi. Ich verstehe es halt einfach nicht. Ich meine, ich hätte ja nicht mal gerne den Messi gehabt. Ein Fabinho hätte mir gereicht. Oder will ich jetzt mal was normales, geiles hier in meinen Packs. Aber es war wieder nur Scheiße drin. Ich kann da irgendwie kaum was raus generieren. Kaum Münzen. Und ja, wie gesagt, schreibt einfach mal unten in die Kommentare, was ihr so habt. Ich hatte wieder nur Scheiße. Ich wünsche euch, falls kein Video mehr kommt, schöne Weihnachten. Aber ich meine, ähm, Samstag, Sonntag müsste nochmal irgendwas kommen. Ich habe jetzt auch Shisha-Sachen wieder bestellt gehabt. Ich habe wieder ein paar Sachen bei Wish bestellt. Und ja, seid auf jeden Fall gespannt. Lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke und haut rein.